Kata Nummer 9, Seite Yairo, Suitsuki, Stich zur Seite. Meine Gegnerin, mir wie immer endlos überlegen, weil ich mache ja nur die Kata. Also, sie bedroht mich, aber sie ist zu dumm zum Ziehen. Also, Ich, Mi, San, Ich, Schnitt und Stich. So habe ich gewonnen. Das ist der Kata-Anlauf. Vorausgesetzt, sie lässt mich. Wollen wir mal schauen, wie es in der Realität aussehen könnte. Ich, Mi, San. Sie ist ein bisschen schneller als ich. Denn wenn sie mich angreifen will, wird sie mich auch angreifen und nicht nur so tun als auch. Das heißt, leider, ein Reality-Check hält diesem Kata auch nicht statt. Vielen Dank.